Papa! Ja, die Hütte steht leer. Warte schon um. Wollen wir da kurz drauf gehen? Ja. Komm Papa! Na geht's? Ja! Lass ihn! Lass ihn! Lass ihn! Er darf auch! Oha! Das schaut voll geil aus! Komm mit Papa! Wow, voll geil! Warte! Ich hab's schon! Papa! Komm her, John! Komm her, Papa, fang dich! Papa, deine Hand ist schon alt! Ja! Papa! Papa! Auf die Seite auch! Und wer ist? Die Seite auch? Äh, nein! Und die? Die ist alt! Nein, er ist alt, er ist jung! Da! Gebt's ihm! Warte nicht! Er ist alt, er ist jung! Er will euch schlagen! Ja! Uuuu! Wow! John! Wenn ich mich doch da mal drauf kann! Wenn ich mich mal da mal raus kann! Ja! Wenn ich mich da mal raus kann! Ja! Wenn ich mich da mal raus kann! Ja! Ach! Da, da, auch schon. Papa? Ja? Ich freu mich. Hier, der Niki da rauf! Rube! Der Niki da rauf! Wach, schau mal, René! Nee! Komm, ich trete nur da rein! Papa, da war auch eine kleine Rakete. Echt? Super! Und die ist gerade eingezündet. Hey, René, bist du da gegangen? Nein, nein. Wieso gehen wir nicht jetzt mal da? Nein, nein. Nee, Papa. Hey, da kommt jemand. Da kommen wir. Weiß nicht, wer das ist. Jetzt zwei stecken. Da kommt noch eine. Papa! Ui! Papa! Ja! 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 Tag! Boah! Hier, wenn ich halt mit dem Stock holen! Nein! Wie kann ich denn, ich will? Ah! Kaputt! Ich geh da rauf! Papa! Ich geh da rauf! Geh mal da rüber! Da, wenn wir da gehen, wir holen. Wir gehen nach links. Da, schau, wo's halt bestocken! Schau, wo's halt bestocken! Da, schau, wo's halt. Päm! Papa, darf jetzt da eine rüberwerfen? Bäm! Päm! Bäm! Papa! Bäm! Bäm! Schau, das ist die obere jungen Bergstasse. Bäm! 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 Das ist der heutige Pfad. Papa, sie war da auch schon mal gefahren. Nein. Papa, so ein Engelchen mit voller Hölze. Ja, das sieht gruselig aus. Das ist ein Glanz mit Holz. Mama, das sieht gruselig aus. Da. René. René. Papa, geh da ran. Mama. Da drin sieht auch gruselig aus. Da kann ich auch mit anderen hüpfen. Dann bin ich oben. Papa. Papa, ich steig da runter. Papa. Juhu. Ah. Ah. Trinkst du gerade und geh bis da rauf. Tom, nein. Oh. 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 Papa. Papa. Ich habe doch gesagt, ich rutsche. Ich rutsche nicht. Wow. Geil. Ah. 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 Papa. 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 Da steht ein Bild. Da. Einmal. Papa. Da kann man auch drücken. Papa. 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 Da kann man auch drücken. Papa. 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 Der geht mir. Papa. Ja. Ja. Gruselig. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Gruselig. Papa. Ich leute es immer. Papa. Schau mal. Gruselig. Papa. Oh mein Gott. Ich nehme einen. Nein. Lass das. Lingen. Okay. Der Stock. Äh. Vorsicht. Papa. Der Stock. Papa. Papa. Der Stock. Papa. Schau mal. Schau mal. Papa. Schau mal. Schau mal. Oh geil, oder? Ja. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Wo hat er schon drin schon zu gehen? Ja, Papa. Du tust nur flutzeig mich. Ja. Ja. Warte schauen. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein Müll. Müll? Das ist ein Müllherkling. Ich öffne mir das. Der kann mal ein Traktor mit der Nahrung hängen, oder? Nahrung. Der kann wirklich auch nur ein Auto. Mh. Der kann ein Auto sein, weil er das gehört wird. Mh. Papa. Ja. Mh. Da. Papa. Papa. Ja. Ich fachte mal. Hey Papa. Ich lasse. Hey Papa, das ist drin. Warte! Papa. Da war ein alter Anhänger. Was? Da können ein uralten Anhänger rein. Hm. Ist das drin? Warte! Ah! Ah! Dann hieß er! Wieso weiß ich das? Gehen wir weiter. Da! Wartest du drüben auch schon? Nein. Da! Dann schauen wir mal rüber. Nee. Ich baut ja schon. Wenn ich dann immer wieder zurück. Ja. Vielleicht machen wir noch einander. Schau mal da dran. Schau mal da dran. Warte, du gehst so. Au! Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ah! Ich warte jetzt gerade. Ah! Warte, wir kommen! Soll aufhören! John, nein! John, nein! John, nein! John! 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 Er kommt! Er schlagt dir nicht so fest. Ja, sie sind weich. Papa! Er schlagt dir ganz. Er kann ein Auto rauf fahren. Ja. Aber das Auto darf nicht. Er schlagt dir ganz leicht hin. Papa! Aber nicht dein Auto. Ja. Papa! 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 Brinkelgasse! Wenn du da mal gerade ausfragen? Herr Rücken oder da? Wow! Ah! 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 Da! Da war ich auch schon gerade. Ja, ja, ja! Au! Nein! Au! Er schlagt eh nicht so fest. Schau dir, hab ich schon Wasserleitung. Was? Au! Ha! Da ist ja drin kein Ufelwasser. Papa! Dann haben wir da mit Wasser gegessen. Ja, Ufelwasser ist da drin und das spürt man. Oh! Da ist kein Wasser drin, nur im Sommer. Nein, Schau! Nein! Nein! Das ist Wartschiff. Schau, komm! Wenn der mit dem anderen wird, dann treffe ich selbst nicht. Lauf, seit der Schau kommt. Nein! Lauf! Papa! Ja, nein, lauf ihm nach. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, das Auto ist das Auto. Ich sag mal, du, okay? Mit dem Truck, da kann man da runterfahren. Wenn der Auto kommt, dann kommt er nicht mehr vor. Wenn der Auto kommt, dann kommt er nicht mehr hoch. Sieh, Papa! Da ist ein anderes Auto! Entweder gehen wir zurück, oder? Ja, es sind viele Weingarten. Das ist geil! Papa! Wie? Ja. Das soll geil werden. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist eine Leitschiene. So, dass du nicht noch mehr Schaden kriegst. Da kann ich ja gleich durch. Das gehört, er muss leise sein. Wegen die Wildtiere. Gehen wir zurück. Wegen die Wildtiere.